so okie dokie ein schluck schönen kaffee so vier gegner was ok hoffentlich nicht mehr nicht viel mal spadermaster meint äh oh nein in die labirin oh gott vor allem ich sehe ich weiß nicht ach du scheiße diese assistent jetzt hier ich glaub ich hab verloren ok also erstmal labyrinth außen vor lassen so ein bisschen umgucken also da ist ne rüstung aber da ist hier draußen gar nichts rüstung nämlich gerne was hat das jetzt irgendwas aktiviert so was ist das hier ein bisschen munition brauche ich nicht? habe ich alles noch? ähm ja same und hier ist ein Backpack und hier ist ein Backpack und bitte dich grad auch nicht und hier wird's dann direkt los gut schrotzend da brauche ich eigentlich nicht allzu viel ja komm reicht die Frage ist vor allem komm ich hin zurück oder ist das jetzt hier mit dem labyrinth one way ticket vor allem woran orientiere ich mich? ok ich mach's klasse bei labyrinthen gibt's immer die altmeine regel am besten immer an eine seite halten also ich jetzt in dem fall immer rechts dann kann man sich solange sich das labyrinth nicht verändert sich eigentlich nicht verlaufen und genau das werd ich jetzt tun einfach immer schön rechts äh rechts hab ich was gesagt? was von wegen funktioniert? gut ich guck einfach mal ob wir nach dem buch noch irgendwo anders hinkommen nicht damit wie 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 du weil du wirst du wirst wirst du wirst 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 du wirst 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 Ach so, lol, die haben das optisch einfach genauso gehalten wie die andere Sache, nur dass hier halt noch alles oben ist und dass hier kein Ausgang ist. Was können... Wie klingen die denn? Haha, ihr könnt euch nicht treffen, me bitches. Good. Aua! Fuck. So funktioniert das schon mal nicht. Gut, ich muss sich also erstmal einzeln erledigen. Autsch. Okay. Okay. So. Na gut, das läuft natürlich. Fuck. Äh, ach man ey. Na gut, also lange dauert es ja zum Glück nicht. Hä? Ja, das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Ja. 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 Hier, ne? Nein. Danke. Gutschen. Okay. Dann würde ich mal sorgen. Shame. Mäpp. Wir sehen uns zu den Episode 2 wieder. Ist jetzt alles richtig? Ich fäng mal voll über die Schrift, bitte. So. Shame. Mäpp. Verstehe ich? Ja. So. Gut. Glück safe. Auf Wiedersehen. So. Das war's denn mit dem 1 von... Was? Mit Episode 1 von Fidu. So. Ich hoffe, dass es bei dem 2 nicht mehr so viele Pinkies gibt. Sonst gibt's Hacking. Dann zerhecke ich alle Pinkies komplett. Ich würde was zerstören. Keine Angst, ich liege von Backup an. Backup muss sein. Gut. Egal. So viel auf jeden Fall zu... Freedom. So. So sieht man sich denn... Heute wahrscheinlich nicht mehr. Morgen wahrscheinlich den nächsten... Zu... Was gibt's eigentlich noch? Erstmal geaktualisieren. Also, wir haben The Way... Genau, Doom The Way Edit haben wir komplett. Freedom haben wir komplett. Dann, genau, 2002 und Dark Encounter kommt dann morgen. Wobei ich bei dem beiden ja jeweils nur noch 2 Maps machen muss. Also, bei dem hier 2 Maps und bei dem hier 4 Maps. Weil bei Doom 2, wie gesagt, das ist ja so, dass praktisch das auch mal in Episoden einteilen kann. Geistlich sozusagen. Und das ist praktisch mal pro Episode 10 Maps. Und daher wären das hier noch 2 Maps und hier noch 4 Maps. Und dann fang ich einfach mal wieder hier vorum an. Beziehungsweise, vielleicht werde ich auch mal morgen mal wieder hier vor ein paar spielen. Minitoon, gerade nicht wirklich Lust, einfach weil das von der Steuerung her einfach zu kompliziert ist. Mal gucken, vielleicht nimmt ich morgen wieder ein bisschen mein Klon auf. Boah. Werde ich mich morgen wahrscheinlich, aber erst mal um die beiden kümmern. Und dann um die hier. Ja. Nichtsdestotrotz heißt es jetzt erstmal für Freedom Episode 1 fertig. Und von daher, ciao mit V.